So, da sind wir wieder. Schia platzieren. Ich muss das alles noch auftreiben. Also warte mal, ich nehme jetzt mal hier und fülle einen Benzinkanister. Was brauchen wir? Ich kann hier Gegenstände ablegen und nehmen. Okay. Okay, Zündkerze, Benzin und Schlüssel. Die Zündkerze wurde eben doch geschickt, oder? Das heißt, die müsste eigentlich im Briefkasten liegen. Wo ist denn da der Motor? Zündkerze? Und die Schlüssel? Sind die Schlüssel in seiner Hand? Will das nicht. Ich möchte das nicht. Nein. Ja, das hatten wir doch alles schon. Aber hier sind nicht diese komischen Spuren. Sagen wir mal. Nee, nur draußen. An diesen komischen Kristallen. Eine selbstgemachte Fliegeuntertasse. Okay. Das hatten wir schon. Die Schlüssel. Die Schlüssel, die Schlüssel, die Schlüssel. Wie hat er das Fahrrad hochgebracht? Gucken wir nochmal da rein. Vielleicht liegen hier jetzt die Schlüssel. Vielleicht konnten wir die da vorne noch nicht nehmen. Hier ist schon mal kein Schlüssel. Ich dachte, der hält sie vielleicht in der Hand. Aber nö. Warum pocht unser Herz so? Merkwürdig alles. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Oh, wir müssen den Schlüssel finden. Wir haben uns aber hier schon umgeguckt. Wo könnte der denn sein, der blöde Schlüssel? Entschuldigung. Ich mache mal so. Ich kaue da immer auf dem Ding da rum. Wenn ich überlege. Aha. Ganz viel nichts. Ja, Wahnsinn. Immer noch Steine. Sind dem seine Schlüssel. Hm. 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 Den Brief kann ich nicht aufheben. 4000. Wo sind seine Schlüssel? Wo könnten seine Schlüssel sein? In einer monochromen Welt sind Farben immer willkommen. Wow, danke für den Hinweis. Ich brauche Schlüssel. Fallen, Klo. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. San Andreas. richtig schön. Da wurde mit dem Hammaut auch gezogen. ie hier kann man sich aufmachen kann man das auto aufmachen mir fällt nichts ein wo der schlüssel sein könnte schlüssel hänge eigentlich im haus drin die meisten menschen legen ihre schlüssel ins haus auch wenn sie verschwinden oder hat er sie mitgenommen müssen wir eine leiche finden ich weiß auch nicht hier bin ich wieder hallo 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 und es ist fast gar nicht mehr kalt das ist voll gut gemacht wenn es uns nicht mehr friert können wir länger draußen rumhüpfen wo ist der schlüssel der verkackte clip aus warum kann ich den brief da nicht anschauen bin ich blind ja das haben wir schon gecheckt nun gut dann weiß ich auch nicht also entweder wir schauen jetzt mal woanders hin das ist löhr vielleicht finden wir seinen schlüssel woanders ich weiß es nicht holen wir mal die karte also wir waren jetzt in den ganzen häusern waren wir drin da ist die tankstelle da sind so betten da ist noch ein haus da unten sind noch häuser da ist mindestens süd also von da unten sind wir her gekommen da diese 750 ich würde sagen wir fahren jetzt mal ganz raus zur tankstelle und fahren dann nach rechts zu den drei häusern da unten würde jetzt mal sagen ach fahren wir mal weil die ganzen kleinen fleckchen wo sie offen ist mit schnee so wie hier können wir wahrscheinlich nur mit dem snow mobil erreichen davon gehe jetzt mal aus jetzt schau ich jetzt fahr ich das fünfte mal daran vorbei ich schau jetzt mal da rein nicht dass da die leiche von dem liegt und da ist ein schlüssel oder so holz das kann ich ja auch da weiter ablegen jetzt wissen wir ja für was wir es brauchen und dann nehmen wir dann wieder holz mit was ist denn hier sind wir die hunde tapsen schaufel kann ich nicht nehmen nein leider nicht okay dann dann rollen wir mal gehen wir dabei mal eine sprachnachricht an moment sorry 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fahren wir mal da Hier links, oder? Ja Schauen wir mal, wo wir hinkommen Ich weiß es gar nicht Eine Frau müsste es noch geben, oder? Okay Machen wir mal, vielleicht ist ja... Okay Oh, scheiße Wer oder was, das ist erfahren wir in der nächsten Folge Jetzt gehe ich erstmal aufs Klo und dann geht's gleich weiter Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, bis dann! Dann